Ja, das sieht immer wieder sehr gemütlich aus hier in Endzone World Apart bzw. in Neumienthal, wie unser Dörfchen hier heißt, das sich inzwischen zu einer regelrechten Kleinstadt entwickelt hat. Es ist eine ganz gute Zeit. Ich denke, wir haben mehr oder weniger alles im Griff. Allerdings macht mir der Bevölkerungszuwachs ein bisschen Kopfzerbrechen. Und da werden wir uns heute mal drum kümmern und außerdem mal schauen, was es sonst noch so gibt. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt erstmal eine schöne Zeit. Wir stehen unter Strom, Leute, seit der letzten Folge. Erstmal vielen Dank für das Einschalten mal wieder. Ich bin der Vorbudler vom Mienarbeit YouTube-Kanal. Könnt ihr euch ruhig mal umsehen. Jeden zweiten Tag erscheint ein neuer Film und überhaupt all der ganze Rest, der steht in der Beschreibung. Wir schauen uns jetzt mal den Strom an. Seit der letzten Folge haben wir Windkraft in unserer Stadt und das bringt es, glaube ich, ganz gut. Also wir schauen mal eben vor allem hier oben nach. Bei der Raffinerie hier oben, die verbraucht nämlich 500. Das bedeutet, wir müssen hier schon zwei Windkraftwerke anschließen. Die erzeugen nämlich jeweils nur 300. Und den Rest habe ich jetzt hier noch an den Wachturm angeschlossen, was sehr schön ist. Jetzt fragt man sich natürlich, was bringt das für den Wachturm. Aber ihr seht jetzt zum Beispiel, dass hier Scheinwerfer eingeschaltet sind in der Nacht. Und verbraucht also auch nur 100 Prozent, also hat einen normalen Munitionsverbrauch auch in der Nacht. Das ist sonst nachts etwas höher, weil man nicht so gut sieht und öfter daneben schießt. So, schätze ich mal, ist das gemeint. Hier zum Vergleich nochmal ein normaler Wachturm ohne Strom, keine Lampen an. Aber das ist, finde ich, cool. Das macht auch Sinn. Was für mein Empfinden nach wie vor nicht so wirklich Sinn macht. Naja, ich komme einfach nicht so super damit klar. Bringt mir nicht so viel. Das ist das Erkundungssystem. Aber ich habe jetzt trotzdem mal wieder hier so eine Expedition gestartet. Einfach, ja, weil es dazu gehört. Aber ich sage mal so, wenn dieses Feature nicht im Spiel wäre, wäre das Spiel aus meiner Sicht nicht schlechter. Ja, man würde auch nichts vermissen. Also eigentlich ist das eine schöne Sache, aber wir haben es ein bisschen übertrieben. Etwas zu kompliziert gemacht oder komplizierter gemacht, als es eigentlich sein müsste, meiner Meinung nach jedenfalls. Dennoch, es gehört jetzt dazu. Und wir gucken uns jetzt gleich mal hier so eine Endzone an. Ich glaube, wir können das jetzt auch mal eben, ja genau. Das ist wohl so ein Zugang zu so einer alten Endzone, wo die Leute 150 oder 200 Jahre drin verbracht haben, bis die nukleare Strahlung soweit nachgelassen hatte an der Erdoberfläche, dass man wieder draußen sein Glück versuchen konnte. Darauf aufbauend, ich habe es schon mal erwähnt, ist ja auch das erste DLC, was für dieses Spiel erscheint. Im Herbst irgendwann, ich weiß es immer noch nicht jetzt, wo ich hier drehe, wann genau. Aber da geht es dann eben darum, dass man eben, ja, sich schon ein bisschen weiterentwickelt hat. Außerirdisch, äh, nee, oberirdisch. Ja, Außerirdische, das wird dann wahrscheinlich das Thema des DLCs danach. Bin mal gespannt, was wir hier jetzt für eine Erkenntnis gewinnen. Ich muss Gott sei Dank auch nur hier einen mit Siedlerabzeichen, Technikerabzeichen hinschicken, hatte ich Gott sei Dank. Jetzt sind drei Leute mal unterwegs, mal gucken, was wir da Schönes finden. Ja, das dauert auch noch ein bisschen, es wird, glaube ich, noch eine Expeditionsration hergestellt. Das dauert ja alles immer so ein bisschen, man muss immer etwas Geduld haben, ja, vor allem, weil ich immer auf Stufe 1 spiele. Was war das gerade für eine niedrige Wasserreserve mal wieder? Ja, ja, gut. Irgendwann ist jetzt wieder die Nahrungsversorgung etwas stabilisiert. Und wir haben auch fünf Wissenspunkte inzwischen angehäuft. Müssen wir mal gucken, was wir jetzt als nächstes machen. Ja, und warum ist das so? Ich habe das mal jetzt längere Zeit beobachtet hier mit unseren Ressourcen. Ich denke mal, es liegt wirklich einfach daran, dass wir zu wenig Mitarbeiter hier haben, mit zu wenig Fachkräfte unterwegs. Hier kann ich auch sowieso mal wieder etwas aufstocken. Die sterben ja auch wie die Fliegen teilweise. Und seht ihr, es ist sehr vieles noch unter der Maximalstufe. Es läuft zwar irgendwie immer, aber ich habe jetzt vielleicht die Hoffnung, dass wir vielleicht doch mal ein neues Siedlungsgebiet errichten und irgendwie abstecken, dass wir dann einfach mal mehr Leute haben. Ja, die müssen zwar auch ernährt werden, aber es ist halt eben mehr Arbeitskraft. Es kommt alles ein bisschen mehr aus dem Quark. Ja, und dann können wir ja immer noch zum Beispiel hier unten schöne Felder bauen. Das ist schon sehr weit im Süden jetzt. Und da müssen wir mal schauen, ob das überhaupt Sinn macht. Aber wo sollen wir sonst noch Felder anlegen? Hier oben vielleicht noch eine Siedlung und hier oben vielleicht noch ein paar Felder. Dass das so ein bisschen gemischt ist. War ja sowieso mal eine Idee, dass wir hier oben den Bereich noch ein bisschen ausbauen. Jetzt möchte ich aber erstmal noch kurz in das Forschungszentrum hier, in die Forschungsstation reinschauen. Gucken wir mal, was wir gut gebrauchen können. Fangen wir mal links an, ob es da nicht doch noch irgendwas gibt, was wir vielleicht mal übersehen haben. Fischfutter könnte auch eine Möglichkeit sein, für bessere Nahrung zu sorgen. Aber ich habe ehrlich gesagt nur eine Fischerhütte. Und dafür jetzt zwei Wissenspunkte auszugeben, weiß ich nicht wirklich. Abbau von Jod, ich glaube, das ist schon mal sehr gut. Drei Wissenspunkte, dass wir diese ganzen Minen schon mal, die ganze Minentechnologie schon mal haben. Und ich glaube, dann kommen wir auch besser aus dem Quark mit unserem Strahlenschutz. Da haben wir auch immer Problemchen mit. Dann haben wir schon über die ausgebaute Schneiderei gesprochen. Das sind dann auch nochmal zwei Wissenspunkte. Und dann haben wir hier noch solche Zusatzsachen verbesserter Funkmast. Mit dem verbesserten Funkmast in unseren Handelsposten können wir gezielt Händler kontaktieren. Das ermöglicht uns, den nächsten Händler auszusuchen, der in unserer Siedlung landen soll. Befestigter Weg, da laufen die dann nochmal ein bisschen besser drüber. Ich scheine auch gerade ein Holzproblem zu haben. Ach ja, wir hatten vorhin einen Sandsturm, kurz bevor ich gestartet habe, hier die Folge. Das heißt, es wird gerade wieder sehr viel repariert. Elektrische Wasserpumpe, sehr gut. Spaß ist halber, können wir ja mal was entwickeln, wo wir jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht haben. Zum Beispiel diesen Sirenenturm für einen Wissenspunkt kommen. Das machen wir einfach mal. Starte das mal und mal schauen, was der so kann. Ich glaube, da können wir die Feinde mit so ein bisschen demotivieren. Gut, dann lass uns doch mal schauen, was können wir siedlungsmäßig denn mal hier verbessern. Und zwar ausgebaute Zufluchten haben wir mehrere. Da ist sogar noch ein bisschen, oh, da ist sogar noch einiges an Wohnraum vorhanden. Ja, und hier haben wir ja noch eine neue, ganz am anderen Ende. Die wird auch schon halbwegs angenommen. Die muss sich nochmal sehr verschönern hier, damit wir hier eine passable Standortattraktivität haben. Schwieriges Wort, schön mit Flaggen hier und so beleuchtete Eingänge. Das sieht auch ganz nett aus. Dann habe ich hier noch an vereinzelten Stellen einzelne Hütten mal hingestellt. Klar, wir haben unser Siedlungsgebiet sehr konzentriert. In der Mitte, in der Innenstadt. Aber warum kann man nicht auch einzelne Hütten mal irgendwo noch hinstellen? Und ja, wegen der Laufwege. Vielleicht verteilen sich die Leute dann einfach ein bisschen besser. So, wir haben eine neue Tankstellenruine gefunden. Da habe ich einen Erkunder hingeschickt. Das muss eine alte Tankstelle sein. Hätten wir uns nicht schon längst niedergelassen, hätte das unseren Bus vielleicht noch einige Kilometer weitergebracht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier noch viel zu finden ist, aber es könnte sich trotzdem lohnen, eine Expedition zu schicken. Naja, das glaube ich eher nicht. Zumindest ein paar Sachen sollten sich hier bergen lassen. Interessanter fände ich hier die Expedition. Die wartet immer noch auf ihre Rationen. Und dann ist hier, glaube ich, ein neuer Händler angekommen. Den schauen wir uns auch nochmal an. Ich gucke mal nach, ob ich an was interessiert bin. Joints haben wir selber inzwischen genug. Ich habe sogar schon hier so eine Errungenschaft bekommen. Vorwege, dass wir tausend Joints hergestellt haben oder so. Und ja, hier Strahlenschutzanzug. Was kostet denn der so? Gucken wir mal, dass wir hier ein paar Strahlenschutzsachen auch gut gegen Medikamente eintauschen. Da haben wir so viel von. Dann haben wir das schon fast. Schrott ist eigentlich auch okay. Können wir auch noch. Wir haben ja jetzt die beiden Schrottfänger. Die machen einen guten Job. Kann man nicht anders sagen. Rest brauchen wir selber. Und dann würde ich mir vorschlagen, machen wir das so. Ja, hervorragend. Da freut die Susan sich, ne? Wir kriegen Strahlenschutzanzüge. Ja, das ist mal cool, ne? Wenn man so einen Handel hat, ja, der echt was bringt, dann kommen die mit guten Sachen an. Die man gerade auch gebrauchen kann. Und man hat auch genug Tauschwaren. Medizin haben wir wirklich richtig viel. Also das ist überhaupt kein Problem. Noch nie gewesen. Okay, die stabilen Hütten sind alle, also die Hütten sind alle schon ausgebaut in unserer normalen Siedlung hier unten. Was war das? Das war eine Straße. So, ja, okay, okay. Das sieht ja ganz gut aus. Können wir sowas ähnliches hier oben auch nochmal bauen? Das ist ein bisschen anders aufgereiht. Aber hier vielleicht so in der Mitte. Pass mal auf, hier würde ich gerne nochmal irgendwo eine Mine hinstellen. Also den Platz schon mal frei halten für unsere Jodmine. Ja, und dann hatte ich schon angefangen, hier unten mal einen kleinen Bereich abzustecken. So ein kleiner Luxusbereich am Stadtrand. Direkt mit eigenem Wachtturm schön mit Wegen erstmal vorgemalt. Und ich würde mal vorschlagen, da bauen wir jetzt mal ein paar, sollen wir direkt stabile Hütten nehmen? Ja, ne? Das bringt's. Gucken wir mal, wie viele hier so hinpassen. So. Eins, zwei, drei genau, ne? Drei nebeneinander und noch einer da unten. Diese neue Schneiderei wird bestimmt wunderbar arbeiten. Ach, hab ich schon wieder so einen Zusatzauftrag. Den hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Hab ich den auch wieder geschafft. Ist ja prima. Wir kriegen dann da auch immer schöne Belohnungen für. So, aber das ist sogar gut. Hier passen da so zwei Reihen Häuser hin. So und so. Ja, dann kann man dazwischen sogar noch ein paar Blumenbeete pflanzen und so, um das alles noch aufzuhübschen. Wie gesagt, richtig luxuriös. Dann fangen wir doch einfach mal an. Stellen hier unten ans Wasser. Das Haus am See sozusagen. Und ein paar Häuser hin. Gut. Der Handel wurde auch schon abgeschlossen. Susan macht sich jetzt auf den Weg mit ihrem Ballon. Und wir sehen hier schon, wie die ganze Gegend hier planiert wird. Die Bäume werden gefällt. Ist mal Platz geschaffen. Das Holz wird natürlich auch zurücktransportiert ins Lager. Oder wird das gleich hier liegen gelassen, um das zu verwenden. Kann auch sein. Wie sieht es jetzt aus mit dem Holz? Ist knapp. Also war schon mal besser. Wir haben übrigens 51 Kinder. Das ist cool. Wieder neue Arbeitskräfte. Wir schauen rein, was wir gebrauchen können. Auf jeden Fall mal die Bauern immer nachlegen hier. Und dann können wir mal ruhig noch einen Schneider einstellen. Ich fange immer oben an hier aufzufüllen. Und unten ist dann immer irgendwie hängen im Schacht. Aber es scheint noch ganz okay zu sein. Die Logistiker. Von denen habe ich einige verloren. Und auch die Miliz hat sehr nachgelassen. Da hatte ich ja schon mal 15, 16. Aber ihr seht hier zum Beispiel in dem Beispiel, wie viele möglich wären. Das heißt, wir könnten viel mehr Leute noch ansiedeln. Genau das habe ich vor. Ja, und da müssen wir eben aufpassen, dass das mit der Nahrungsversorgung hinhaut. Platz haben wir auf jeden Fall noch genug. Aber dann sollte hier unten im Süden auch nochmal ein Wachturm stehen. Inzwischen bin ich auch nochmal angegriffen worden. Und das hat leider auch nicht viel gebracht. Wir hatten zwar hier die Wachtürme überall stehen. Aber leider sind die da vorbeigekommen. Schön in die Stadt gezogen. Alles kaputt gemacht. Wieder raus. Und dann, glaube ich, habe ich sie erstmal besiegt. Aber vielleicht hilft uns in Zukunft ja auch den Sirenenturm. Müssen wir uns da mal durchlesen. Was der so kann. Und wie wir den am besten aufstellen. Also wo. Sollte der eher am Stadtrand stehen. Oder so zentral. Wie viel Bereich deckt der so ab. Fragen über Fragen. Ja, und just in dem Moment, wo hier die ersten Häuser fertig werden. Oh, es sind alle drei sogar schon fertig. Super. Das sieht ja echt nett aus unten am Wasser. Da ist auch der Sirenenturm fertig. Wir gucken mal, was wir mit dem machen müssen. Der Sirenenturm verringert die Moral von Plünderern, die sich in seinem Umkreis befinden. Na gut. Na gut. Ja, jetzt weiß ich nicht. Wenn wir eine zentrale hinstellen. Hier wäre zum Beispiel ein guter Platz. Sogar mit Stromanschluss. Nur, das bringt uns leider nicht. Weil dieses Windkraftwerk, das bedient schon zwei Schneidereien. Und die verbrauchen den Strom schon komplett, möglicherweise hier an dem Platz. Das ist nicht schlecht hier, die Stelle. Da hätten wir auch noch. Na, das schließt er sich auch an hier vorne. Wir haben hier noch 50 Überschuss. Und was braucht der an Strom? 50. Das ist perfekt. Komm, dann bauen wir den hier hin. Darauf achten. Da seht ihr diese gelbe Linie. Da ist das Stromkabel. Da kann man das immer ein bisschen austaxieren. Seht ihr, wenn ein Feld zu weit weg ist. Komm, wir bauen den jetzt hier hin. Den Sirenenturm. Und geben hier auch direkt noch die nächsten Häuser in Auftrag. Nochmal drei in der Reihe. Und da gehen wir aufs Ganze. Und gönnen den Leuten da auch gleich mal so ein paar Blumenbeete. Wie viele passen da hin? Zwei, drei, vier, fünf. Wir passen ja genau mehrere in der Reihe. Komm, dann machen wir das so richtig dekadent. Das soll so eine richtig schöne Siedlung da werden. Mit optimaler Attraktivität. So, und ihr habt es sicher schon geahnt. Denn wir haben in jeder Folge ja das große Vergnügen, eine Seuche in unserer Stadt begrüßen zu dürfen. Auch heute. Wie sehr wir uns doch darüber freuen. Immer wenn wir gerade mal ein bisschen Fortschritte machen und ein paar Häuser bauen und sonst was. Und das läuft. Kommt wieder so eine Seuche dazwischen. Was soll man machen? Was soll man machen? Ja, und der Sirenenturm ist fertig. Haha. Schauen wir uns den mal an. Erstmal so ein bisschen. Mit Strom und allem drum und dran. Allerdings auch sonst keinen Einstellmöglichkeiten. Ich hoffe mal, dass der dann einfach so reicht. Ja, und seine Dienste verrichtet. Müssen wir mal auf den nächsten Angriff warten, damit wir das erleben. Und auch wieder ganz vergessen, dass wir schon längst die nächste Forschung hätten in Auftrag geben können. Was nehmen wir? Komm, wir nehmen jetzt dieses hier Jodgedöhne. Dann können wir nämlich auch diese Mine bauen. Und ich kann da oben den am Berg so ein bisschen abschätzen, wie viel Platz da noch übrig bleibt. Sieht mir ja doch eher, wenn wir uns das nochmal angucken, hier auf der anderen Seite, sieht mir ja doch eher danach aus, dass das hier wieder ein Industriegebiet wird. Das war vielleicht dann eher hier am Rand, wo wir ja hier schon so eine Zuflucht gebaut haben. Oh, die ist jetzt plötzlich auch wieder im negativen Bereich hier. Die war eben doch total attraktiv. Was ist denn da jetzt kaputt gegangen? Krankheitsaufträge nehme ich immer an. Sanitäter, seht ihr, das ist schon ganz leicht. Wir müssen jetzt nochmal die Medizin produzieren. Das geht automatisch. Das kriegen wir so hin. Ja, warum ist jetzt die Attraktivität so runtergegangen? Liegt das hier an dem Tower, dem Sirenenturm? Das kann man ja ganz leicht erfahren. Tatsächlich, der hat einen negativen Einfluss. Ist jetzt ein Zusatzgebäude. Ja, klar, die Zuflucht, die war von Anfang an ein bisschen riskant gebaut. Hier mitten in den Industriebereich. Aber, ja, muss manchmal auch so sein. Jetzt müssen wir einfach hier nochmal gucken, wo man da was verschönern könnte. Hier am anderen Ende, hier zum Beispiel, könnte man noch mal ein paar Hecken ringsherum pflanzen. Oder nochmal so Blumenbeete. Ist dasselbe. Die bringen jeweils plus drei. Ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, wie groß diese Objekte sind. Was ist das zum Beispiel? Ne, das müsste dann demnach vier Pluspunkte bringen. Tut aber auch nur, bringt aber auch nur drei. Hier haben wir noch, oh, plus acht. Ein Schrott-Totem. Das wäre doch cool. Oh, das sieht ja super aus. Ein bisschen blöde Stelle dafür, ne? Könnte man eher hier irgendwo unterbringen, ne? Hier habe ich doch noch so einen großen Platz vor dem Lager. Könnte man da eher mal umbauen, dass wir das nochmal ein bisschen schöner machen. Ja, gut, umbauen. Das ist nochmal eine Zusatzaufgabe, ne? Wenn wir mal so richtig Fahrt aufnehmen, dass wir überhaupt keine Probleme mehr haben, ne? Dann, irgendwann kommt das in solchen Spielen ja immer noch. Dann ist man so hochentwickelt. Dann läuft alles so rund, dass man in Ruhe Dinge abreißen kann, neu aufbauen kann. So, hier würde jetzt, auf jeden Fall würden jetzt hier so ein paar Blumenbeete hinpassen. Steht denn da im Weg? Machen wir das einfach mal so und so. Und da in der Mitte könnten wir vielleicht nochmal eine Fackel hinstellen. Dann sind das sieben Punkte. Das reicht. Und auch im neuen Luxusgebiet sind die Leute leider nicht von der Krankheit verschont geblieben. Aber übrigens sind die Häuser inzwischen fertig. Die Leute sind eingezogen. Mal gucken, wie es angenommen wird. Vier von zehn, vier von zehn, vier von zehn. Ja, aber ist Luft nach oben hier schon sieben oder neun? Also das scheint schon ganz gut zu funktionieren. Ja, wir haben auch schon wieder sieben neue Erwachsene, die wir direkt an die Arbeit schicken können. Wie gesagt, das müssen wir unbedingt so ein bisschen hochdrehen. Die ganze Nahrungsversorgung. Auch ruhig mal bei den Sondierern. Nee, das ist nicht nötig. Die kommen ganz gut zurecht. Ist ja auch elektrifiziert. Aber Schneider, Köhler und Bergarbeiter. Naja, die sparen wir uns jetzt nochmal auf. Für unsere Jodmine, aber Techniker, können wir ruhig noch zwei dazu tun. Das ist echt wenig, vier Stück. Wir haben ja immerhin drei Werkstätten. Jetzt kommt es wirklich darauf an, ob wir genug Nahrung haben. Und ich glaube, die haben wir. Wir haben nur zu wenig Bauern. Die können die Felder nicht in der erforderlichen Zeit bepflanzen und abernten. Aber ihr seht hier zum Beispiel, dass auf den Feldern irgendwie immer etwas stehen bleibt. Ja, das dauert dann sehr lange, bis so ein ganzes Feld mal abgeerntet ist. Und ich glaube ja auch, es wird erst neu bepflanzt, wenn es abgeerntet ist. Kann das sein? Bin ich mir nicht sicher. Ich habe, glaube ich, auch schon mal so gemischte Felder gesehen. Wie hier zum Beispiel. Da seht ihr, das ist ganz unterschiedlich. Hier ganz kleine Pflanzen, mittlere und die reifen Pflanzen. Auf jeden Fall ist da jetzt niemand zu Gange, zum Beispiel, der die reifen Pflanzen erntet. Und von daher könnte das funktionieren, dass wir mit mehr Leuten, mit mehr Einwohnern auch mehr Nahrung ernten. Offenbar bin ich aber auch hier am Produktionslimit. Oh, das sollten wir hochdrehen. Das sollten wir echt hochdrehen. Ach, hier sehen wir es auch nochmal sehr schön, wie die Felder so allmählich bepflanzt werden. Die stehen da nur und gucken, das fällt so lange an, bis es sprießt. Die schauen den Pflanzen beim Wachsen zu. Ja, und ihr habt wieder schön bei mir zugeschaut, während ich hier wachse mit diesem Spiel. Ich gebe mir jedenfalls Mühe. Wenn es euch Spaß gemacht hat, dann vergesst bitte nicht, auf den Like-Button zu hauen und einen Kommentar zu hinterlassen, wenn ihr Lust habt. Und all diese Sachen. Vor allem beim nächsten Mal wieder einschalten, auf jeden Fall, um sich bis dahin auch noch auf dem Kanal was umsehen. Würde mich sehr freuen. Ich sage bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber, habt noch viel Spaß und lasst euch auch vom Sirenenturm keine Angst einjagen.